Tanzen, feiern, durchmachen. Mit Ecstasy, Speed und Koks. Wer hier Drogen nimmt, geht ein sehr viel höheres Risiko ein, als er glaubt. Denn er macht sich zur Laborratte im globalen Markt synthetischer Drogen. Es war ein bisschen Kokain drin, aber der Rest war alles Mögliche. Angeblich war es Ecstasy. Die herausgestellt hat sich irgendwie, dass es Entwurmungsmittel für Hunde war. Speed habe ich auch testen lassen und Speed war ein bisschen Koffein und MMC noch dabei. MMC-Mephedron, Methylon, MDPV. Extrem stark, extrem gefährlich. Die sogenannten Research Chemicals fluten seit 2007 den Drogenmarkt, ohne dass es die Konsumenten mitbekommen. Jede fünfte Party-Droge ist damit schon verseucht. Dabei wurden Research Chemicals nie am Menschen getestet, nicht einmal an Ratten. Niemand weiß, wie sie wirken. Hier in Wien reagieren die Behörden auf die wachsende Gefahr durch Research Chemicals mit einem mobilen Labor. Im Check-It-Zelt kann jeder seine Drogen kostenlos analysieren lassen und das Ergebnis mit Drogenberatern wie der Wiener Sozialpädagogin Sonja Grabenhofer besprechen. Unser Ziel ist, dass die Leute mit so wenig wie möglich Risiko konsumieren. Das bedeutet, sie müssen wissen, was in ihrer Tablette drinnen ist. Unter Umständen eine viel bedenklichere Substanz drinnen, also eine Mischung von zwei bis vier Substanzen. Da versuchen wir dann in Beratungsgesprächen die Leute dahingehend zu beraten, dass dieser Konsum gesundheitlich bedenklich ist und dass die dann nicht konsumieren. In Bayern ist Drug-Checking verboten. Die Research Chemicals haben sich dadurch unbemerkt ausgebreitet. Immer öfter landen junge Patienten wegen einer Überdosierung in der Münchner Suchtklinik von Professor Tretter. In den letzten Monaten sind so circa alle 14 Tage Patienten, Junge, die eingeliefert werden, mit sehr bizarren Rauschzuständen, also wo sie völlig desorientiert sind, haben Wahnvorstellungen, glauben, dass sie irgendwie besondere Kräfte haben oder fühlen sich auch verfolgt. Das wechselt binnen weniger Minuten. Eine Möglichkeit ist, dass eben lebensbedrohliche Herz-Kreislauf-Komplikationen auftreten, das Herz rast, der Blutdruck ist ganz niedrig und die Menschen brechen zusammen und müssen dann vom Notarzt sofort versorgt werden. Kaum zu glauben, aber Research Chemicals kann sich in Deutschland jeder kaufen. Und das ganz legal. Die Behörden kommen mit dem Verbieten der ständig neuen Varianten nicht nach. Sie werden in Online-Shops pur oder gepanscht als Badesalz verkauft. Tom aus München hat ein Gramm Badesalz bestellt. Er hat schon fast alles probiert. Ecstasy, Speed, LSD, Kokain, Heroin. Seine Erfahrung hat ihn vorsichtig gemacht. Ich hatte keine Ahnung, was in dem Badesalz drin ist. Deswegen habe ich es auch vorsichtig dosiert. Ungefähr ein Zehntel von der normalen Line Speed. Die Wirkung hat mich aber umgehauen. Das war viel stärker als Speed. Ich hatte Herzrasen, Wahnvorstellungen. Ich kann mir vorstellen, dass sich Jüngere mit weniger Erfahrung da ziemlich leicht überdosieren. Elf Chemiker und Drogenberater sind bei Checkit heute im Einsatz. Bis zum Sonnenaufgang werden hier 60 Besucher ihre Ecstasy, Speed und Koksproben abgeben. Die Wiener Polizei unterstützt das Projekt und hält sich fern. Sonja Grabenhofer darf illegale Drogen nicht berühren. Sie würde sich strafbar machen, wenn sie eine Ecstasy-Pille zurückgibt. Deswegen müssen die Besucher selbst ran und eine Probe abraspeln. Alles läuft anonym. Du hast die Nummer 9 und mit der Nummer kommst du in einer halben, dreiviertel Stunde draußen die Ergebnisswand. Für draußen aufgehend. Für draußen aufgehend, genau. Und da steht dann eine Beratung, wenn oder ein Berater sagt er dann das Ergebnis. Direkt hinter dem Checkit-Selt steht ein Labor auf Rädern. Mit Flüssig-Chromatographie und Massenspektrometer ermittelt der Wiener Toxikologe Professor Schmid, was wirklich in den Drogen steckt. Die Probe wurde als Ecstasy abgegeben. In Wirklichkeit waren Research-Chemicals drinnen. Für uns schon bekannte Research-Chemicals und zwar Methadron, Methylon und dann noch eine unbekannte Komponente, die wir nicht ad hoc analysieren können. Das Ergebnis bewertet Professor Schmid mit einem Farbsystem. Weiß bedeutet, das Ecstasy war wirklich Ecstasy. Gelb, da war noch mehr drin. Rot, Vorsicht, gefährliche Mischung. Das scheint anzukommen. Wir haben das immer wieder erlebt, dass wir, wenn wir rote Zetteln aushängen, dass die Leute kommen und sagen, behaltet euch die Pille, ich mag sie nicht mehr. Zusammen mit Kollegen hat Professor Schmid im vorigen Jahr mehr als 40 neue hochgefährliche Substanzen entdeckt. Für Drogenberater, Suchtmediziner und Gesundheitspolitiker sind diese Daten aus der Szene essentiell. In Bayern gibt es keine vergleichbaren Erkenntnisse, weil sie nicht erhoben werden. Professor Schmid hält das für einen Riesenfehler. Die große Gefahr, die wir sehen, ist, dass aus Mangel an Information Jugendliche, junge Erwachsene sich massiv gefährden, weil sie keine glaubhafte und verlässliche und aktuelle Information bekommen. Unter diesem Informationsmangel leiden zum Beispiel die Patienten in der Münchner Suchtklinik von Professor Tretter. Was er nicht kennt, kann er schlecht behandeln. Es wäre für uns recht wichtig, wenn ein Drug-Checking in München stattfinden würde. Wir hinken bei der Diagnostik, bei diesen Zustandsbildern dann meist hinterher und können vor allen Dingen in Schnellverfahren hier keine sichere Diagnose stellen und sind dann auch therapeutisch natürlich nicht so wirksam, wie wenn wir das genauer wüssten. Drug-Checking in Bayern. Undenkbar. Zumindest für die Staatsregierung. In Bayern, zum jetzigen Zeitpunkt, ist es ganz klar, dass wir diese rechtsfreien Räume nicht dulden und somit hier auch diesem Projekt nicht zustimmen werden. Uns kommt es eher darauf an, Prävention zu machen, generell vor allen Stoffen zu warnen und da nicht möglicherweise rauszufiltern, welche weniger gefährlich sind und welche schwerer gefährlich werden. In der Realität erreichen generelle Warnungen à la Finger weg von Drogen die junge Zielgruppe nicht. Die Laborergebnisse von Professor Schmid dagegen schon. 80 Prozent der Check-It-Besucher waren vorher noch nie bei einer Drogenberatung. Eine von der EU finanzierte Studie bestätigt, Check-It-Teilnehmer ändern ihr Konsumverhalten. Sie nehmen weniger, dosieren vorsichtiger und werfen gepanschte Pillen eher weg. Damit hat Check-It einigen Österreichern sicher das Leben gerettet. Das Schlimmste, was mir mal passiert ist oder einem Kumpel von mir passiert ist, der hat sein, ich glaube, damals Ecstasy abgegeben und das Ergebnis war eben, nimm's bloß nicht, das ist relativ tödlich. In Bayern hätte diesen jungen Mann niemand gewarnt. Wir sind eins. ARD 3 4 5 5 8 9 10 11